Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Willkommen im Todeszug Resident Evil. Ja, heute geht's weiter. Wir gehen wieder in Mamas Haus und müssen, wie ich ja noch sehen konnte, Materialien fürs Serum finden. Den Arm im alten Haus, im ersten Obergeschoss. Ja, und die Laterne müssen wir natürlich auch bekommen. Dazu müssen wir die gute Frau, äh, müssen wir Mama besiegen. So, da werde ich mal sehen, dass ich heute auch den Brenner hier bekomme. Und, äh, vor allen Dingen, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen Heilung irgendwo auftun kann. Moment, ich bin ja hier in der falschen Richtung. Ich will ja nicht ins alte Haus zurück. Da müssen wir dann bei Gelegenheit auch noch rein. Da können wir erstmal noch nichts machen. Jetzt sehen wir hier mal die Abkürzung. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Ich brauche unbedingt Heilung. Da können wir auch nichts machen. Da irgendwo... Oh, da ist was drauf. Starke, flüssige Chemikalie. Kann man da schon was mit anfangen? Ähm, noch nicht, wie ich auch sieht. Nö. Aber immerhin schon mal was. Was haben wir hier? Schatzfoto. Ja, es lohnt sich immer, hier so ein bisschen sich umzuschauen. Ähm, bin jetzt schon so ein kleines bisschen raus. Die sind die ganze Zeit nicht gezockt. Kommen wir hier eigentlich schon rein? Nein, da kommen wir nicht rein. Was ist da hinten eigentlich noch das? Das ist ein Riesenkomplex, ne? Okay, gehen wir hier mal rein. Ah. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Nochmal flüssige Chemikalie. Was ist das denn? Ach, Festbrennstoff. Wir brauchen unbedingt den Brenner. Da kommen wir nicht ran. Da ist Kraut. Das kann man alles nicht nehmen. Nee. Da ist die Mama. Das ist nicht richtig. Ähm, da müssen wir hier von der Seite rein. Nee, da kommen wir auch nicht weiter. Hm. Oder wir gehen wieder in den... Genau, wir gehen hier rein. Das sind wir ja letztes Mal auch rausgekommen. So. Nee, der Alten kann ich mich noch nicht stellen. Da fehlen mir doch noch so ein paar Sachen. Ja, das sieht schon besser aus. So. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Das hatten wir uns schon angeguckt. Da war diese... Gruselige... Das gruselige Skelett. Ich wusste hier erstmal wieder zurechtfinden. Die Puppe. Das hatten wir uns, glaube ich, auch schon angesehen. Ja, 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 ja. Okay. Wie war das noch... So, okay. Da kommen wir noch nicht durch, weil wir die Lampe brauchen. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Ich muss auf die andere Seite. Das heißt... Nix drin. Wir müssen da rüber. Das sitzt nix. Hier noch irgendwas. Kraut. Jede Menge Kraut. Das kann man alles nicht aufnehmen. Festbrennstoff. Das ist gut. Da brauchen wir... ...allerhand von. Wenn wir die alte besiegen wollen. Ah, wo bin ich jetzt denn gelandet? Ah, die muss hier wieder hoch. Bin ich da reingefallen auch noch? Ha! Nun, geh da mal rüber. Und hier rüber. Genau, hier kommen wir auf die andere Seite. Plus, die alte hier ist nicht aufkreuzt, dann habe ich ein Problem. Ah, haha. Ich habe auch keine Munition mehr. Unfassbar. Ich muss unbedingt diesen blöden Brenner finden. Da komme ich nicht weiter. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay. Hm, wo geht das hier denn hin? Ach, hier geht das wieder zurück. Kann man sich echt verlaufen in der Botze. Irgendwo war hier doch dieser blöde Brenner. Da kommen wir nicht ran. Doch, da ist was drin gewesen. Okay. Kann man hier irgendwas kombinieren schon? Nee. Das ist ein Riesenhaus hier. Unfassbar. Ach, das war die Ecke hier. Wo wir zuletzt Mia gesehen haben. Oh, 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 shit, shit, shit. Ich glaube, hier war irgendwo was. Genau. Da ist nichts drin. Was ist da? Das Palazé. Kann man auch nicht nehmen. Ich suche hier einfach noch mal alles durch. Hier haben wir das letzte Mal die Düse gefunden. Ich glaube, wir müssen da hinten hin. Ich glaube, wir müssen da hinten hin. Da ist. Hier ist auch nichts. Moment, da oben ist noch was drauf. Antike Münze. Oh, können wir auch nicht mitnehmen. Das ist doch zum Mäuse milken. Okay. Müssen wir da hinten weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Wir müssen hier durch. Nochmal fest beim Stoff. Oh. Oh my goodness. Kann ich hier auch lang? Okay. Was haben wir da? Da kommen wir an der Seite raus. Oh my God. Da ist schon wieder Kraut. Flüssige Chemikalie. Da ist er. Na, das ist der Griff. Okay, jetzt habe ich aber die Schnutte voll hier. Die können wir nicht mitnehmen. Das schmeiße ich jetzt was weg. Wie viel Platz brauchen wir denn dafür? Was ist das hier? Serum herstellen. Mal eben gucken, ob wir hier Serum herstellen. Können wir da irgendwas machen? So. Immer noch nicht genug Platz. Kann man da was machen? Kombinieren. Da kann man auch nichts kombinieren. Starke, flüssige Chemikalie. Was haben wir hier? Das Schatzfoto. Hm. Nehme ich das Schatzfoto weg. Das ist der Dietrich. Ha, shit. Okay, ich schmeiß den blöden Dietrich weg. Ich weiß sonst nicht, wie ich das hier unterkriegen soll. Ich habe auch jetzt keinen Bock, wieder zurück zu... Oder das Schatzfoto. Tonne. Zack, weg. So, mir wurscht. Ich will endlich diesen blöden Brennergriff haben. So, und jetzt müsste man noch... Kraut... Ja, Kraut ist da vorne. Kraut habe ich da hinten irgendwo gesehen. Genau. Oh, das ist echt zum Kotzen. Mit diesem wenigen Platz hier. Festbrennstoff. Ich kann nicht meinen Festbrennstoff dafür hergeben. Den brauche ich ja noch. Was fehlt mir denn jetzt eigentlich noch? Ich habe doch den Brenner. Der muss doch jetzt komplett sein. Schlagge Chemikalien. Festbrennstoff. Ich kann das ja wieder... So, zack. Was haben wir da noch? Flüssige Chemikalie kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay. Flammgranaten. Astrein. Dietrich. Okay. Soweit müsste ich jetzt eigentlich alles haben. Ich hätte die Chemikalie auch gerne noch mitgenommen. Und ich brauche vor allen Dingen mal wieder Munition. Das wäre ganz nett. Schade, dass ich die Chemikalie nicht mitnehmen kann. So, schauen wir da hinten nochmal hin. Ach, einen größeren Rucksack. Nice. Und sehr schön. Wir haben hier eine neue Speichermöglichkeit. Das machen wir natürlich auch gleich. Halten wir mal eben schnell fest. So, überschreiben. Sehr schön. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Dann können wir hier ein bisschen was da lassen. Wenn ich das jetzt gewusst hätte. Gut, dass ich den nicht... Brenner... Kraut. Was ist das? Festbrennstoff. Brennergriff. Brennerdüse. Was fehlt denn? Wir haben doch eigentlich alles. Flammgranaten. So, die haue ich jetzt mal hier rein. Zack, die kommen weg. Und dann müsste ich doch... Werkzeug... Ach, das ist der Dietrich. Moment. Ich muss das jetzt... Das geht noch nicht. Was fehlt mir hier denn jetzt noch? Ha! Super. Das haben wir schon mal. Und einen freien Platz haben wir auch. Sehr schön. Jetzt muss ich mir nur noch gleich Teilung basteln. Ja, sorry Leute. Das ist ein kleines bisschen. Ich muss mich hier erstmal wieder ein kleines bisschen reinfummeln. Das ist ein bisschen, äh... Fummelig heute ist hier. So. Das können wir auch kombinieren. Das geht nicht. Ach, selbstverständlich geht das. So. Und jetzt, äh... Die Heilung haben wir dann schon mal. So. Jetzt haben wir wieder einigermaßen... Die Sache hier im Griff. Und wir können natürlich auch unseren Flammenwerfer ausrüsten. Da alles andere eh leer ist. So. Jawohl! So sieht das doch schon viel besser aus. Da kann ich mit arbeiten. Wir müssen noch den Arm finden im ersten Stock. Was haben wir hier? Da haben wir nix. Okay. Da schlage ich mich so durch. Wurscht. Ja. Egal. So viel Damage machen die nicht. Da noch was drin. Gehe ich hier mal vorbei. Diese Ohlen-Insekten. Mal sehen, dass wir hier noch ordentlich was abgrasen, bevor wir uns mit der alten dann anlegen. Da ist nix drin. Wir haben hier einen Dietrich. Hier konnten wir auch raus. Die alten Scheiß-Fiecher. Wir haben hier noch was. Und jetzt habe ich aber gleich die Schnudde voll hier doch. So. Blödes Vieh. Konnten wir hier noch was mitnehmen? Ich glaube hier hatte ich auch noch was vergessen. Da ist unser Erste-Hilfe-Arznei. Oh, cool. Endlich. So. Und da hatte ich noch die antike Münze. Sehr schön. Habe ich jetzt acht. Neun brauche ich für die... Da war ich gerade. Brauche ich für die Pistole. War hier noch was um die Ecke? Oh ja. Da war nichts. Aber da unten haben wir noch das Psychotonikum. Und das knallen wir uns auch gleich rein, damit wir... Und schön viele freie Speicherplätze. Das ist doch mal richtig nice jetzt. So. Das hauen wir uns jetzt rein. Objekt benutzen. So. Da ist noch was. Schießpulver. Sehr schön. Jetzt gehen wir erstmal auf... Da ist auch noch was drin. Ah, Munition. Jawohl. Oh, jetzt können wir mal richtig abgrasen hier. Okay. Da unten. Was ist das? Festbrennstoff. Nimm's mit. Raus, 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 raus. Okay. Gucken wir hier nochmal durch. Ja, heute erstmal wieder ein bisschen aufrüsten hier. Damit wir uns Mama dann auch... Gegenüber stellen können. Ohne dass wir gleich... Auch da sind wieder jede Menge. Wir müssen uns nur beeilen. Er sich mal ein bisschen. Sonst ist gleich mein Psychotonikum leer. Alle schön abgrasen hier. Äh, das war's schon. Da. So. Was haben wir hier noch? Alles mitnehmen. Oh, mein Psycho ist schon alle, wa? Schade. Überall in die Ecken gucken hier. Im ersten Stock. So. Materialien für Serum finden. Den Arm im... Alten Haus 1. Ach du Scheiße. Wir müssen ins alte Haus zurück. Im ersten Obergestoßen. Ach du Scheiße. Okay. Schauen wir mal. Der Alte ist ja jetzt tot. Das heißt... Wir müssen da jetzt so... Ich hoffe ja nicht, dass der jetzt nochmal aufkreuzt. Äh, hier haben wir vier Schuss. Nice. So, wie sieht das mit unserer Gesundheit aus? Äh, das geht so gerade. Ich glaube, wir pfeifen uns mal ein bisschen Gesundheit rein. Wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Hier kann man auch noch was kombinieren. Mal gucken, kann man das irgendwie kombinieren. Ne, kann man noch nicht. Da ziehen wir uns mal eins von rein. So. Jetzt sind wir auch mal das lästige Blut los. Im ersten Obergeschoss soll das sein. Ah, Schiete, Schiete. Das heißt also... Wir müssen hier nochmal irgendwie hoch. Und hier war doch... Was ist das? Was brauchen wir denn da für einen Schlüssel? Passt nicht zum Schloss. Vielleicht finden wir hier auch noch Munition. Hier ist noch was. Ach, das alte Haus, muss ich sagen, fand ich doch deutlich besser als das von Mama jetzt. Ich hoffe ja, der alte Kreuz hier nicht noch wieder aufzutut. Dann dreh ich, glaube ich, durch. Das war der Skorpionraum. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Im alten ersten Obergeschoss. Munition. Ich hab's doch gewusst. Das lohnt sich immer noch mal hier reinzugucken. Ach, das ist einfach cool. Also das... Was haben wir hier? Ne, das hatten wir auch schon gesehen. Das ist der alte Unterladen. Ah, was ist das? Im ersten Obergeschoss. Das muss doch hier sein. Wir haben... Einen Krenenschlüssel. Das ist ja nicht... Also hier muss es irgendwo noch einen Krenraum geben. Da ist nix. Ne. Okay, dann gucken wir mal rüber. Vielleicht ist das in dem anderen Haus. Eigentlich wollte ich hier ja nie wieder herkommen. Momento. Wir haben doch... Wir sind doch hier durchgegangen. Ich guck mal in den... Da war ja noch ein Raum, wo wir nicht rein konnten. Und dieser komische... War das hier? Genau. Hier war doch noch ein Raum. Hier ist doch noch ein... Der Kren. Ah! Und da nehmen wir den Krenenschlüssel für. Nun schieße er auf. Und noch ein bisschen Equipment holen hier. Nice. Festbrennstoff. Jawohl. Oh, wenn der alte jetzt aufkreuzt ist, dreh ich durch hier. Schießpulver. Das hat sich doch mal gelohnt. Was haben wir hier? Granatwerfer. Nein! Ich hab keinen Platz mehr. Shit. Flintenmunition. Flammgranaten. Alter Schwede. Hier ist ja richtig... Aber leider nicht der Arm, den wir suchen. Hier muss ich ja nochmal wieder her jetzt. Das ist ja unfassbar. Aber wir haben ja einen Ruheraum. Das heißt, ich werde dann gleich... Ja, den Granatwerfer, den will ich auf jeden Fall haben. Wie geil ist das denn? Hier unten noch irgendwie was. Ja, das heißt, wir müssen dann nochmal... Obwohl ich jetzt so viel Raum habe... Ja, der braucht natürlich wieder zwei Plätze, der Granatwerfer. Die M37-Flinte. Okay, wir müssen in den Ruheraum. Gut, das machen wir dann. Da will ich euch jetzt auch nicht mehr mit...